Musik Mein Name ist Thomas Kanzler, ich bin Mechze Speyer für die Finanzen zuständig und Stellvertrainer Vorsitzender. Aufstieg, erste Mannschaft, Aufstieg, zweite Mannschaft, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Auf der einen Seite freue ich mich riesig über die Aufstiege der beiden Mannschaften, jetzt nach elf Jahren FC Speyer. Das hätte vor elf Jahren tatsächlich niemand gedacht. Auf der anderen Seite, in diesen Zeiten, denen wir uns gerade bewegen, ist ein Aufstieg beider Mannschaften natürlich finanziell ein Abenteuer. Ich möchte alle Freunde, alle, die mit dem FC Speyer fiebern, möchte eine Euphorie entfachen in der nächsten Saison für beide Mannschaften. Kommen Sie, kommt zum FC Speyer in den Sportpark, unterstützt die Mannschaft finanziell von der Emotion her mit euren Meinungsäußerungen. Wir brauchen euch alle. Ich denke, nur so können wir das Abenteuer Oberliga und das Abenteuer Bezirksliga nächste Saison stemmen. Ich freue mich darauf. Wir ziehen euch mal ein bisschen nachdessen. Also, ich rates nur ein paar Minuten nachdem, ich freue mich wieder auf Neurobererapeutippe. Vielen Dank.